Das Edelweißgedicht Ein Edelweiß wächst nur an besonderem Platz und ist daher ein ganz besonderer Schatz. Samtig und wunderschön ist es anzusehen und wer eines besitzt, lässt es nie wieder gehen. Es zu hegen und zu pflegen ist oberstes Gebot, dafür bringt es unser Leben ins Lot. Wir sind sehr stolz auf diese Natur und Schönheiten, sie werden euch stets treu durch das Leben begleiten. Ein Edelweiß Goldi, das ist wohl jedem klar, ist ganz einfach gesagt wunderbar. Die Antwort auf alle Fragen, letztlich gibt es nur eines zu sagen. Ein Edelweiß macht glücklich und froh und das war schon immer so. Von Buschikaspar. Bogen Und Untertitelung des ZDF, 2020